Was ist dagegen, wenn wir mitspielen? Aber nein, was könnte dabei schon schief gehen? Was läuft hier ab, Martin? Operation? Raus, wer ist der Mann? Gute Frage. Wir sind Sie, Martin. Mehr lernt gern durchs Zusehen und Nachahmen. Zehner Skalpel für die erste Inzision. Gut, dass du da bist, Horst. Gut bedeutet also, es ist Vorlesungszeit. Ja, allerdings. Lass dich nicht auf Machtspielchen ein. Warst du schon? Ich denke, du kannst da schon etwas mehr in die Tiefe gehen. Ich meine, wieso ist das bei mir so eine Obsession? Du fühlst dich von Forman bedroht und willst Kaddi imponieren. Das einzig Relevante dabei ist, Forman ist ein guter Arzt. Er kann dir helfen, also nimm's leicht. Gute Idee. Ich lasse ihm meine Post sortieren. Klar. Schön ablenken. Wer ist dieser Kerl? Ich glaube, wir haben's gerade erfahren. Hier geht es um Kaddi. Sie wollen das Alphatier sein. Man kann sie ja schon riechen, die Pheromone. Oder etwa nicht? Ich mag ihn. Ich sag dir doch, ich brauch sie nicht. Was ist hier los, Haus? Au! Ihr Blut verschlampt. Ohne Wärmetherapie würden sie sterben. Das hier kann man nicht simulieren. Und jetzt geht auch schon.